Wir haben immer noch eine Schieflage in unserem Bildungssystem. Immer noch entscheidet Herkunft über Zukunft in diesem Land. Und das kann nicht sein. Das darf einem Bildungssystem wie das deutsche sich nicht gefallen lassen. Nehmen Sie ein junges Mädchen aus einer Arbeiterfamilie, die zur Schule geht, vielleicht aus einer Zuwandererfamilie, wie auch immer, mit einigen Geschwistern, jüngeren Geschwistern, ohne eigenes Zimmer, mit Verantwortung gegenüber den Geschwistern, mit, weiß ich nicht, Dolmetscherfunktion für die Eltern, einkaufen gehen, zum Arzt begleiten und so weiter. Diese jungen Menschen gibt es, die dann erst um 21 Uhr, um 22 Uhr sich in die Ecke setzen können, kein eigenes Zimmer, kein Schreibtisch, aber dann ihre Hausaufgaben machen und ein Abitur vielleicht mit einem Schnitt von 2,5, 2,6 machen. Dann haben Sie einen jungen Menschen aus, ich sage mal, einer Akademikerfamilie, vielleicht Einzelkind, hat die beste und schönste Betreuung, ist auch ein kluges Köpfchen, macht ein Abitur von 1,9. Die Frage ist, welcher dieser beiden Schüler ist ein Talent? Welcher, was ist gerecht, wenn man dem mehr gibt oder ihr mehr gibt? Ich finde, wir sollten beide im Auge behalten. Aber derzeit ist unser System, schaut eher Richtung dem jungen Mann, der ein Abitur mit 1,9 hat. Also ich glaube, das Bildungssystem würde ein Stück weit gerechter sein, wenn sie diesen Kontext einfach mit beachtet. Wie ist denn diese 2,6 zustande gekommen? Was wäre dann, wenn dieses Mädchen in einem anderen Kontext leben würde? Was könnte man da an Leistung erwarten? Und welche Möglichkeiten habe ich als Hochschule, als Schule, als Elternverband, als was weiß ich was, diesem Mädchen so viel Korrekturen zu geben, dass man so viel wie möglich aus ihr rausholen kann? Maximale Bildung, maximale Leistung, maximale Gerechtigkeit. Das Wort Chancengerechtigkeit, das möchte ich mal in der Mitte ein Stückchen abschneiden davon und das Wort Chancen nehmen. Ich mag es nicht, zu sagen, wir geben den jungen Menschen eine Chance. Wir geben denen keine Chance. Diese jungen Menschen sind unsere Chance. Jeder dieser jungen Menschen ist eine Chance für unser Land. In jedem dieser jungen Menschen steckt vielleicht ein grandioser Ingenieur, ein Techniker oder so etwas. Und wir müssen mal vielleicht die Perspektive ein bisschen verändern und sagen, ja Moment mal, das sind ja auch unsere Chancen, die wir da vergeuden. Vielleicht bewegen wir uns da ein bisschen. Ja. Eine Standardsituation bei uns. Wir sind eine Hochschule, eine mittelgroße Hochschule im nördlichen Ruhrgebiet. Ja, 60 Prozent unserer Studierenden kommen von den Berufskollegs. Zeichne ich ihnen mal den Weg auf. Diese jungen Menschen gehen vorher auf eine Realschule, machen ihren Realabschluss, würden gerne in Ausbildung gehen, würden gerne einen Job machen, finden aber nichts. Aus einer, ja, leichten Verzweiflung heraus wählt man den Weg Richtung Berufskolleg. Macht dort Fachabitur, Vollabitur, was auch immer. Möchtet danach, nach diesem Abschluss eigentlich wieder eine Ausbildung machen, bekommt aber wieder nichts. Also kommt man aus einer gewissen Verzweiflung an die Hochschule. Das muss man sich mal vorstellen. Dann kommt man an die Hochschule, halb informiert oder gar nicht informiert oder schräg informiert. Von den Nachbarn was gehört, von den Eltern was gehört, oft bedenken. Vielleicht kommt man aus einem Arbeitermilieu, aus einem Nicht-Akademikermilieu, vielleicht aus einer Zuwandererfamilie. Und man kennt dieses Milieu doch gar nicht. Man weiß doch gar nicht, wie eine Hochschule funktioniert. Jetzt versetzen Sie sich mal in die Lage einer 17-, 18-Jährigen. Wie abstrakt dieser Weg für diese jungen Menschen erscheint. Wie soll das gehen? Also lassen wir mal diese Motivation beiseite. Lassen wir mal die ansatzweise Verzweiflung beiseite. Diese Perspektivlosigkeit, stellen wir alles zur Seite. Wie soll er sich durchboxen durch dieses ganze System von BAföG, Studienwahl. Es gibt irgendwie zig, hunderttausend Fächer, die man wählen kann. Fachhochschulen, Universitäten und so weiter. Das ist also wirklich ein abstrakter Prozess. Aus unserer Perspektive einfach, aber aus der Perspektive eines 17-Jährigen sehr schwierig. Sie haben von 100 Akademikerkindern 77, die da ein Studium aufnehmen. Und 100 Nicht-Akademikerkinder, die ähnliche Vergleichsgröße, da schaffen es nur 23 hin zum Studium. Und das ist eine Zahl, die mag sich jetzt erstmal nicht spektakulär anhören. Sie ist aber spektakulär und eigentlich auch ein Stück weit beschämend, muss ich sagen, insbesondere für so eine Region wie das Ruhrgebiet. 70 Prozent der Menschen sind hier keine Akademiker, also Arbeiter, viele davon mit Zuwanderungsgeschichte. Da muss man sich schon fragen, wie lange wollen wir das jetzt hinnehmen? Wie lange wollen wir ganze Kohorten verschwinden lassen, sozusagen? Also die landen ja auch nicht alle in der Ausbildung. Es ist ja nicht so, dass die, die nicht studieren, alle in der Ausbildung landen. Da haben wir ja auch erhebliche Probleme. Schauen Sie sich die Zahlen hier in der Region an. Auch der Übergang von der Schule in den Beruf, in die Ausbildung ist auch nicht optimal. Das heißt, wir können entweder sagen, wir nehmen es hin, wir können uns das leisten. Oder wir sagen, nee, wir müssen was tun. Und wir müssen dafür sorgen, dass wir tiefer, systematischer nach Talenten bohren. Und dass wir soziale und kulturelle Grenzen durchbrechen und Talente nach oben saugen. Wenn wir das nicht hinkriegen als System. Und das sage ich jetzt mal ein bisschen provokativ. Lassen wir mal die moralische Ebene beiseite. Da werden wir gewaltige Probleme in der Zukunft haben. Wo sollen denn die Leute herkommen? Als Facharbeiter, als Techniker, als Ingenieure, als Altenpfleger. Wo sollen die alle herkommen? Werden die per Fallschirm abgeworfen irgendwie? Erwartet man sowas? Nein, wir müssen die selber, jetzt verwende ich einen industriellen Begriff, einen technischen Begriff, wir müssen diese Talente machen, produzieren. Wir müssen jetzt raus und neue Talentreservoirs entdecken. Wir müssen neue Zielgruppen ansprechen, die wir bisher nicht angesprochen haben. Das müssen wir machen, das müssen wir proaktiv machen. Wir müssen viel stärker als relevanter Bildungsakteur, ob jetzt als Universität oder Fachhochschule, in die Region hineinstrahlen. Wir müssen viel mehr mit unseren Partnern sprechen. Unsere Hauptlieferanten sind die Schulen. Stellen Sie sich das als Kühlkette vor. Sie haben die Kitas, die Grundschulen, Sekt 1, Sekt 2 und die Hochschulen, Universitäten und so weiter. Wir müssen diese Übergänge, insbesondere jetzt in unserem Fall, den Übergang von der Schule in die Hochschule, mit Rampen versehen. Da dürfen keine Gaps sein, da dürfen keine Lücken sein. Dafür müssen wir mit unseren Lieferanten sprechen. Wir müssen schauen, wie produzieren sie denn, in Anführungszeichen, unsere Studenten? Wo kommen die her? Und für die Lehrer ist es auch wichtig zu schauen, wem kann ich denn diesen Schüler übergeben? Wer kommt denn von der anderen Seite? Wir reden immer von Übergängen, aber wir reden ja auch von Übernahmen. Das heißt, wir gehen da hin und übernehmen diese Leute. Und da gibt es natürlich viele Lehrer, die genau wissen wollen, was passiert denn mit dem? Der hat super Noten in Mathematik, der ist super in Physik von mir aus. Was können wir für den tun? Und das ist für einen Lehrer, der diese jungen Menschen ja noch besser kennt und seit Jahren auch unterrichtet, immens wichtig, da zu wissen. Da ist ein Partner, der wird den nicht nur einfach beraten, sondern auch ein Stück weit begleiten. Und das ist auch ein Angebot, was die Schulen gerne annehmen, weil sie damit natürlich auch ihr Profil verändern. Eine Schule kann zu Recht von sich behaupten, wir nehmen an der Talentförderung teil. Wir sind eine Talentschule. Wir produzieren Erfolg, wir produzieren Talente. Und das ist ja auch wichtig. Und das ist für einen Lehrer, also ich bin jetzt selber kein Lehrer, aber ich stelle mir das sehr wichtig vor, zu wissen, wo führt denn dieser Weg dieser jungen Menschen hin? Und das ist ja auch wichtig.